Sie sind jetzt daran zu verhindern, dass die Flammen auf den zweiten Gebäudeteil des ehemaligen Hotels übergreifen, sowie auch auf umliegende Gebäude. Das war zumindest in der Anfangsphase des Einsatzes sehr schwierig, weil dieser brennende Holzteil zu sehr starkem Funkenflug geführt hat. Das war die Flammenflug. Das war die Flammenflug. Die Flammenflug im Untertitelung des ZDF, 2020